Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 2. Juli. Ja, heute in Vertretung für den Martin, der checkt nochmal aus, gestern hat es ja leider nicht geklappt. Und daher kann ich euch heute etwas zu Johnny Ive, Tim Cook, dem Samsung Fold, Revolut und Uber erzählen. Beginnen tun wir mit Johnny Ive. Ich hatte ja am Freitag berichtet, Johnny Ive verlässt Apple, macht eine eigene Designfirma auf und ja, logischerweise, jetzt passieren noch ein paar Sachen im Nachhinein, Berichte tauchen auf, unter anderem im Wall Street Journal und dort wird berichtet, dass Johnny Ive gesagt hat, er verlässt Apple unter anderem auch, weil Tim Cook nicht an Design interessiert ist. Und nachdem die Apple Watch rauskam, hat sich Johnny Ive auch ein bisschen mehr rausgezogen, ist nur noch ab und zu im Apple Headquarter aufgetaucht, Meetings wurden verlegt. Und so hat sich langsam die Entfremdung, ja, etabliert und ja, finaler Schritt war halt, Johnny Ive verlässt Apple. Und genau diesen Wall Street Journal Bericht, dem hat Tim Cook auch sofort widersprochen, hat eine E-Mail an den NBC News Reporter Dylan Byers geschickt, in dem er, logischerweise, was soll er auch sagen, sagt, das stimmt alles nicht so. Und bei Apple wäre das Design immer noch hochgeschätzt und das aktuelle Design Team wäre, genau wie Johnny Ive es ja auch sagen würde, das stärkste, was Apple je hatte. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt und ich hatte es auch am Freitag schon gesagt. Was soll der auch sagen? Soll der sagen, ja, es stimmt? Naja, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, Johnny Ive ist raus, hat eine eigene Designfirma, hat den Apple-Auftrag mitgenommen und eventuell ist es für Johnny genau das Beste, was ihm passieren kann. Er muss sich nicht mit der Apple internen Politik rumschlagen und kann das machen, wo er Spaß hat, geile Produkte designen. Und wenn wir schon von Leuten reden und nicht von Produkten, dann bin ich jetzt bei Samsung. Denn dort hat der CEO DJ Koh jetzt bekannt gegeben, dass Samsung Fold, das klappbare Samsung-Telefon, war eine Peinlichkeit für ihn. Ja, er hätte wohl selber Druck gemacht, dass das Gerät auf den Markt kommt, damit Samsung als erster Smartphone-Hersteller ein klappbares, faltbares Telefon auf dem Markt hat. Und das ist ja, wie wir alle wissen, in die Hose gegangen. Die Geräte hatten ohne Ende Probleme. Der Marktstart, der hätte schon vor zwei Monaten sein sollen. Der ist erstmal aufs Unbestimmte verschoben. Es gibt auch Gerüchte, dass das Gerät gar nicht mehr auf den Markt kommt. Den hat aber DJ Koh auch widersprochen, hat gesagt, nein, sie hatten 2000 Geräte gerade im Test und würden das Gerät bzw. die Kategorie weiterverfolgen und das wird noch kommen. Jo, warten wir mal ab, wann das so ist. Revolut, das finde ich, was der Martin und ich ja auch sehr schätzen, das hat eine neue Funktion rausgebracht. Und zwar kann man jetzt seine Ausgaben, die man mit Revolut, mit deren Kreditkarten tätigt, aufrunden, auf den nächsten Euro-Betrag bzw. sogar den dann noch weiter plus 1, plus 2, plus 3 Euro erhöhen. Und das, was man aufgerundet hat bzw. erhöht hat, das wird dann automatisch gespendet. Und das ist eine schöne Sache. Diese Aufrundung, die ging bisher schon in die Volts. Das sind so digitale Sparschweine, wo man sein Geld rein sparen kann, unter anderem auch in Kryptowährungen. Und jetzt spart man eben nicht mehr in die eigene Tasche, sondern spendet über diese Funktionen relativ einfach kleine Beträge, die sich dann in der Masse hoffentlich summarieren für eine gute Sache. Aber man kann auch direkt spenden. Auch das ist jetzt möglich in Revolut. Wenn ihr da Lust habt, dann könnt ihr zum Beispiel Save the Children, dem World Wildlife Fund und auch der ILGA Europe etwas spenden. Und auch die ILGA Europe, die ist auch Partner, denn es gibt eine neue Revolut-Karte, und die ist im Regenbogendesign für die schwul-lesbische Community. Da gibt es jetzt ein paar Karten. Die sind gar nicht mal so einfach in der App zu finden. Eventuell müsst ihr, wenn ihr da Interesse dran habt, die App neu installieren. Das musste ich zum Beispiel machen. Oder zumindest neu starten. Und dann könnt ihr eine Master- oder Visa-Karte im Regenbogendesign bestellen. Die sind limitiert. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann beeilt euch da. Und letztes Thema für heute ist Uber. Die haben ja schon vor längerem eine Zusammenarbeit mit Lime bekannt gegeben. Also mit den Lime-E-Scootern. Und in dem neuesten Update wird auf dem Display dann angezeigt, wenn die Limes in der Nähe sind. Also nicht nur reines Uber oder auch Jump. Das ist die Mobility-Marke von Uber für E-Bikes und E-Scooter. Sondern auch E-Scooter von Lime werden euch dann in der Uber-App angezeigt. Und ja, das ist das erste Mal, dass Uber wirklich halt so einen anderen Anbieter in ihre App reinlässt. Und Lime hat dann fairerweise im Gegenzug in den Städten, wo diese Partnerschaft existiert, dann auch ein Branding von Uber zu den Lime-E-Scootern hinzugefügt. Also ein bisschen geben und nehmen. Ich finde es auf jeden Fall gut, denn ich bin ja großer Verfechter der These, kein Mensch will sich halt sieben E-Scooter-Apps installieren, um die Dinger zu benutzen. Maximal zwei, also die Haupt-App und dann auch ein Backup, falls da mal was schiefläuft. Und das ist auf jeden Fall für mich ein guter Weg in die richtige Richtung. Ja, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag. Ich hoffe, der Martin ist morgen wieder am Start und versorgt euch mit Nachrichten. Bis dahin, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.